Hallo, mein Name ist Stefan W. Westphal und ich würde euch bzw. Sie künftig gern wieder häufiger mit ins Kino nehmen. Zumindest ab sofort verbal als kleinen Podcast. Wenn ich dann aus den Filmen komme, werde ich künftig erzählen, was mir gefallen hat, was ich so für Gedanken zu den Filmen habe. Natürlich auch mit einer entsprechenden Wertung und Spoiler frei. Lara Croft ist wieder da. In Tomb Raider begibt sich die abenteuerlustige Archäologin einmal mehr auf Entdeckertour. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Fortsetzung von dem Film Anfang der 2000er Jahre, sondern es ist ein Reboot. Es geht also von vorne los. Was damals also passiert ist, ist nie geschehen. Diesmal geht es darum, dass Lara einige Jahre nach dem vermeintlichen Tod ihres Vaters jetzt entscheiden muss, ob sie ihn sozusagen für tot erklärt, indem sie also dann auch das Erbe antritt etc. Und sie kommt dann aber auf eine Spur von Hinweisen, woran ihr Vater geforscht hat. Da geht es dann um eine japanische Kaiserin, die erste, die dann also eine Todesgöttin gewesen sein soll, wenn man das so sagen will. Er hat sich auf die Suche nach ihr begeben, um also da eigentlich die Mutter wieder zu beleben. Also so eine Familienstory ringsherum. Und Lara kann es dann also nicht lassen, sich dann auch auf die Suche zu begeben nach einer mysteriösen Insel, wo die besagte Kaiserin also begraben sein soll. Nach wie vor nimmt der Film natürlich Bezug auf die Figuren der bekannten und erfolgreichen Videospielreihe, die ja auch den gleichen Namen trägt. Es ist also ein Franchise, wo erneut versucht wurde, ein Videospiel ins Kino zu holen. Ob es gelungen ist, das ist natürlich eine spannende Frage. Und ich glaube, über die kann man auch trefflich streiten. Die Videospiele wurden ja mal als weibliche Version für Indiana Jones entwickelt, beziehungsweise sollte das das weibliche Pendant dazu sein. Und wenn man jetzt den Plot ein wenig auseinander nimmt, Heldin sucht mit dem Tagebuch ihres Vaters nach dem verborgenen Schatz. Und bevor man an den Schatz kommt, muss man noch ein paar Prüfungen bestehen. Das erinnert den einen oder anderen doch sicherlich auch sehr an den letzten Kreuzzug. Ansonsten ist der Film solide gemacht. Man kann ihn sich durchaus angucken. Man sollte jedoch die Dinge, die man so sieht, nicht groß hinterfragen, weil dann stößt man doch auf das ein oder andere Logikloch in der Handlung und in der Nachvollziehbarkeit der Schritte, die die einzelnen Protagonisten tun. Aber das ist sicherlich in diesem Genre gar nicht so unüblich, dass man dort also gar nicht groß drüber nachdenken sollte, was passiert. Man muss sich einfach darauf einlassen und dann kann man die durchaus gut gemachten Action-Szenen auch genießen. Ob der Film ein großer Erfolg wird, das muss man abwarten. Mir ist aufgefallen, ich war jetzt am Starttag im Kino, wir waren acht Personen. Und das habe ich bei einem Blockbuster dieser Größe bisher relativ selten erlebt, dass es dann doch so wenig waren. Meistens, wenn es so war, wurde der Film dann gar nicht groß erfolgreich. Ja, muss man schauen. Also ich würde diesem Franchise schon gerne noch die Chance geben, sich weiterzuentwickeln, sich auch zu verbessern, auch aus den Fehlern, die man vielleicht im ersten Film gemacht hat, ein Stück weit zu lernen. Alles in allem würde ich dem Film sechs von zehn Punkten geben. Und das ist dann auch ein Stück weit zu lernen. W oakyn Musik Musik Musik